Fährst du von Studenten Richtung St. Marijn bei Graz, kommst du durch Siegersdorf. Gleich am Beginn befindet sich auf der rechten Seite die Buschenschrank Mosthansl der Familie Veselovic. Berühmt durch die ausgezeichnete Brettliause mit eigenem Grenn, dazu Eigenbauweine, Maschansker Most und Schnaps. Die von der Chefin angebotenen Mehlspeisen sind ein echtes Schmankerl. Durch die Herzlichkeit der Familie animiert, kehrt man immer wieder gerne dort ein. Servus beim Mosthansl. Unser Willi spielt wieder mal auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Ehepaar Veselovic mit ihren Gästen aus Brasilien. Das Ehepaar Veselovic mit ihren Gästen aus Brasilien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020